Schön, dass ihr eingeschaltet habt, heute zu unserer kleinen Besprechung von den neuen Musikvideos Cravings, was wir für die Band Venues gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall im Vorfeld viel gebrainstormt, wie wir es machen, weil es ist nicht das Riesenbudget. Wir haben überlegt, wir wollen was gemacht, was visuell total geil ist, was aber eine coole Geschichte erzählt, die einen so ein bisschen packt und vielleicht auch was hinterlässt. Okay, dann fangen wir mal an mit den ersten Bildern, oder? Jo. Ihr seht schon hier ein Freeze Frame. Ich hoffe, man erkennt es als Party-Szene. Das ist mich doch schwer hoffen. Also ich finde, das Interessante hieran ist, das ist ja in unserer Küche gedreht, hier im Büro. Das finde ich jetzt erstmal schon mal eine der interessanten Sachen, die man daran sagen kann. Und es gibt im Endeffekt in der Szene, die ihr bis gerade gesehen habt, wenn du nochmal zurückspulst, gibt es gar keine Komparsen. Es ist einfach leer. Ja, wir haben uns gedacht, das passt aber so, weil die Aufnahmen so close sind, dass man auch niemanden vermisst. Ich finde, das funktioniert richtig gut. Ich finde, es fühlt sich auch total nach Party irgendwie an. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Szenen gemacht haben. Wir haben sehr viel Zeit generell in dieses Intro gesetzt vom Dreh. Okay, wir haben zwei Drehtage insgesamt gehabt, plus einen Drehtag für die Performance. Aber für die Story-Sachen hatten wir zwei Drehtage und gefühlt die Hälfte vom ersten Tag oder so. Schon viel, ja. Wir haben die für diese Party verwendet. Die, muss man ja sagen, im Endeffekt wenig vorkommt, aber dafür halt, ich finde, es ist ein geiler Hook am Anfang direkt. Erzähl doch hier mal was zur Kamera, zu den Linsen und zum Licht. Okay, Kamera, wir haben das auf der C300, glaube ich, hier noch gedreht. Wir haben für viele Sachen, die wir Outdoor gedreht haben, wo wir so ein bisschen unterwegs waren, boah, wir haben richtig viele Kameras verwendet. In diesem Video sind richtig viele Kameras drin. Eigentlich müsste man so eine Challenge machen, wer wirklich erkennt, was mit welcher Kamera gedreht ist. Schafft, glaube ich, keiner. Natürlich nicht, weil immer heißt es, boah, ja, boah, voll die Kamera, die ist das. Okay, wir hatten die C300 im Einsatz. Von Canon. Wir hatten die Canon C70 im Einsatz. Wir hatten die Canon EOS R6 im Einsatz, die uns auch gerade filmt, richtiges Scheißteil. Und? Nee, nee. Richtiges Scheißteil insofern, dass die gerne einfach mal ausgeht, weil sie überhitzt. Wir haben auch die Sorge, dass sie diesen Stream nicht übersteht. Auf jeden Fall. Also, falls ihr uns irgendwann nur noch hört, dann... Wisst ihr, warum? Ja. Dann hatten wir die KINFINITY Mavo Edge 8K im Einsatz und die Sony FX30. Also, das ist wirklich ein richtiger Kameramischmasch. Eigentlich voll geil. Und im Endeffekt, wie immer, ich behaupte, keiner kann jetzt mit dem Finger drauf deuten, was das ist. Das heißt aber, das hier, was wir gerade sehen, ist C300. Das ist C300, genau. Das ist das Rauschverhalten der C300, ja. Ähm, ja. Aber es ist schon neusier, das muss man sagen. Ja, es ist neusier auf jeden Fall. Das ist irgendwie das Slow-Mo-Zeug. Ja, die Slow-Mos, finde ich, sind nicht so überzeugend. Also, von der Qualität der C300 her, muss man sagen, da würde mehr gehen. Aber ich finde es völlig in Ordnung. Ich glaube tatsächlich, wir haben hier einfach auf der 1880 auch gedreht, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann gut sein. Nein, 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 nein. Ey, wir haben Stargars gerade im Chat. Haha. Pira Kyoto, Schlagzeuger von Venues. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ne, wir haben das auf den Sigma-Festbrennweiten gedreht. Wegen der Blende, ich erinnere mich. Das haben wir nämlich, sieht man vor allem hier bei den, wo sind sie, bei diesen Close-Ups. Ja. Wir haben hier extra auf völliger Offenblende gedreht, dass das so richtig knallt. Okay, aber das Wichtigste, was ich hier finde, ist das Licht, weil es letzten Endes eigentlich relativ low-Budget-Licht ist, würde ich mal sagen. Nein, die Kamera schaltet ab. Nein. Canon EOS R6. Hey, müssen wir jetzt echt auf meine Vlog-Kamera umsteigen? Ja. Ey Leute, das kann doch nicht sein. Wo sind die? Also, wir hatten hier mehrere Lampen im Einsatz, die alle per se nicht so viel kosten. Das Blitzlichtgewitter, was hier überall durchballert, kommt von zwei Amaran F21C. Die eine ist in einer Autopole hier oben angebracht und da einfach auf Paparazzi-Effekt gestellt und die andere kommt einfach von quasi hinter Hannah, unserer linken Darstellerin. Die sind beide auf verschiedenen Paparazzi-Effekten eingestellt, dass es eben so ein bisschen knallt, aus verschiedenen Richtungen auch. Und komplementär dazu haben wir als Top-Light, ich erwähne das in jedem Vlog, wir haben eine Tube auf dem C-Stand mit einem Extension-Arm quasi. Ziemlich toppig, das sieht man hier auch an den Augen, es kommt sehr von oben das Licht. Mit diesem wunderschönen Pinkton und die ist so ein bisschen auf Pulsieren gestellt, dass man einfach so ein bisschen, einfach sehr viel Dynamik im Licht hat, sehr viel passiert im Licht. Das finde ich einfach richtig geil. Hier sieht man auch immer wieder, wie Kameras einfach mit Blitzlicht überfordert sind. Und das war es eigentlich, diese drei Lampen, zwei Amaran F21 und eine Tube, haben wir einfach immer durch die Gegend geschoben. Je nachdem, wo wir gerade hingeschaut haben, boah, hier sieht man es so richtig geil. Das sind halt die schönen Momente, ne? Klack, klack. Das funktioniert wunderbar und ich wollte diesen Look haben, der immer wieder ins Schwarz abdriftet. Und zwischendrin dann auch für die Überblendung. Hier zum Beispiel haben wir noch eine kleine weiße Überblendung gemacht, aber das fällt einem im Verlauf nicht so richtig auf, weil es halt einfach aussieht wie ein Blitz. Auch bei Hannah das Gleiche, die Tube von der Seite in dem Fall und das Blitzlichtgewitter. Und natürlich, was nie fehlen darf, Nebel. Das haben wir gemacht mit der Smoke Genie, mit der kleinen. Hier im Hintergrund, ne? Wir haben irgendwie so eine, aus Einweihungszeiten und so haben wir noch unsere Minibar, könnte man sagen. Und das haben wir einfach im Hintergrund verteilt, haben für den Vordergrund mega viel Fake-Drogen, Fake-Alkohol, Pappbecher von früher und weiß nicht, was bestellt oder geholt oder hatten es noch teilweise. Und das reicht dann völlig. Warte mal, kriege ich die jetzt hier auch? Ja, da haben wir wieder ein Bild. Witzig. Das ist improvisieren. Das Koks war weißer Schnupftabak. Das kann man tatsächlich so kaufen. Das ist jetzt nicht unbedingt angenehm, aber es funktioniert. Und ja, ich finde das war für die Darsteller ganz schön, wenn man da nicht mit irgendwas Gebasteltem aus der Küche kommt und sagt, das ist Puderzucker, kann man schniefen, sondern so irgendwas, was man kaufen kann, was auch für die Nase gedacht ist. Ja, das war glaube ich trotzdem, also man muss halt einfach bei so einem Drehen natürlich sehr viel davon dann zu sich nehmen. Ich glaube, das war schon unangenehm für die beiden, aber die haben durchgezogen auf jeden Fall. Und die zweite Szene, nenne ich sie mal, also für uns ist es, dadurch, dass wir natürlich immer wissen, was wo gedreht wurde, sieht das hier für mich sehr anders aus, mit diesem Couch-Setting, was einfach bei uns hinten im Studioraum gedreht ist. Und wer genau hinschaut, sieht im Hintergrund den Joscha-Tanzen. Das ist Joschas Rücken. Das ist David, unser Lemanski-David, der Fotograf, der bei uns hier mit im Office rauskommt. Und hinten rechts, das ist Jule. Und ich finde das irgendwie, das sind witzige Gimmicks. Ich glaube tatsächlich, mein Rücken ist auch irgendwann mal tatsächlich drin. Und das haben wir einfach bei uns im Studio hinten gemacht. Ähnliches Setup, ich glaube tatsächlich, das bunte Licht hier kommt von den... Young Nuos. Young Nuos, genau. So billig LED-Tubes, die wir vor vielen Jahren mal bei Amazon gekauft hatten. Und die gammelten noch bei uns im Lager rum. Und wir hatten das Set schon eingeleuchtet, haben aber parallel noch Produktionen am Laufen gehabt. Und konnten deshalb unser eigentliches Hauptmaterial nicht verwenden. Deshalb haben wir einfach altes Material in das Studio da reingebaut. Ja. Alte Technik und es sieht da trotzdem gut aus. Genau. Und hier, wir wollten halt unbedingt diesen Rauch sehen. Das heißt, was man hier auch auf Jennys Gesicht sieht, das ist eine harte Quelle. War das eine... Bolzen vielleicht? Ich glaube auch eine Bolzen, genau. Also ein kleines, wie so eine Dedo-Lampe, eine mit einem sehr harten Beam. Die hängt irgendwo hier oben und knallt sehr konzentriert nur auf Jenny. Man sieht, dass zum Beispiel Hannah hier nichts davon abbekommt. Das ist wirklich einfach dieser Bereich, damit man einfach den Rauch aus ihrem Mund extrem gut sehen kann. Hier hinten tatsächlich das Grün. Das kommt noch von der Amaran F21C. Also auch einer B-Flex. Wir haben alles hier irgendwie... Diese B-Flex-Lampen, die können abfacken. Aber insgesamt haben wir die hier mega, mega viel verwendet, weil die halt so derbe leicht sind und akkubetreibbar. Das heißt, man kann die auch schnell mal irgendwie draußen nutzen und Co. Und das haben wir echt viel gemacht. Das kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ansonsten ist hier eigentlich nicht viel passiert. Das ist unsere Couch aus der Küche. Die haben wir einfach vorgetragen. Haben hier vorne auch. Sieht man jetzt in dem Shot gar nicht. Ein paar Flaschen hingestellt, damit es ein bisschen mehr nach Party aussieht. Also sehr unspektakulär. Genau. Ja, das ist tatsächlich einfach ein Sippe-Folherzeug. Und auf dieser Alufolie ist dunkler Rohrzucker. Nee, weißer Rohrzucker, den wir einfach zum Aufkochen gebracht haben. Und das klappt wunderbar. Und das dampft halt toll und so. Also es passt für den Shot gut. Und das ist schon der erste Kamerawechsel tatsächlich. Und ich finde, das... Kannst du mal abspielen in Realtime? Das ist jetzt nämlich... Alle Gimbal-Shots, die hier drin sind, sind mit der Canon R6 gedreht. Einfach weil wir sie auf dem Gimbal präpariert hatten. In dem Fall auf dem DJI RS2. Für die, die es genau wissen wollen. Und das Geile ist halt, dass der Autofokus bei der... Der ist halt schon einfach super knackig. So, das heißt, für so einen Shot hier... Wir haben den irgendwie vier, fünf Mal gemacht. Und der Fokus saß halt einfach immer. Das ist halt einfach mega chillig. Weil da kann in dem Moment keiner... Guck dir die Blende an. Die Ohren sind ja schon unscharf. Ja, aber trotzdem rund um die Augen ist alles knackig. Also die Wimpern sind sehr, sehr, sehr sauber scharf. Das ist schon schön. Ich finde das Bild auch sehr geil. Das ist auch irgendwie schön mit dem... sehr komplementären Licht. Und das sind, glaube ich, beides echt einfach Jung-Nuos. Ja, kann was sein. Der Witz bei den Jung-Nuos ist ja, dass sie von der Lichtqualität nicht schlecht sind. Das ist häufig so bei günstigerer Technik. Nur die Bedienung ist halt nicht gut. Das heißt, man braucht länger, um das Ergebnis zu erreichen. Aber wenn man Zeit hat, und das hatten wir bei dem Musik-Videodreh schon mehr als bei unseren TV-Jobs, dann ist das eigentlich nicht so ein Problem. Im Schnitt haben wir noch ein Bild drangesetzt. Ich würde auch fragen, ich würde wissen, ob das gerne irgendjemand gesehen hat, dass hier nochmal für exakt drei Frames ein deutlich fertigeres Bild von HANA zu sehen ist. Was so ein bisschen den Umschwung erzählen sollte. Aber es ist so kurz, wenn man es abspielt, dass es wahrscheinlich vielen einfach durch die Lappen gegangen ist. Ja, aber so soll es ja auch sein. Ja, finde ich ein schönes Detail. Ja, weiter geht's. Dann kommt, glaube ich, die erste Performance. Nein, oh, das, ja. Muss man auch sagen. Also das war ja eine Sache, wenn man die beiden Schotzi gönnt ja zusammen. Sie haben uns im Vorfeld natürlich dann überlegt, wie macht man das. Und dann gibt es eben einen Song, diesen Break. Und wir dachten, wir nehmen den einfach wirklich mit. Und dann geht da so hart los, der Song. Da dachten wir, irgendein Bild, was so richtig reinhaut. Und ich finde, das war das allererste, was ich geschnitten hatte. Wo ich dann sogar Lisa und dich dazugulte. Und dann haben wir gesagt, guck dich einfach nur mal das an. Finde ich immer noch sehr geil, dass das wieder mit der R6 gedreht. Sieht aber irgendwie auch einfach schick aus. Sieht gut aus. Das ist der gleiche Gimbal, ne? Das hast du einfach am Stehen gemacht, oder? Ja, 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 ja. Genau, weil wir hatten immer im Vorfeld darüber gesprochen. Irgendwie einen Kran holen, dies, das. Wir haben das ja bei Josche in der Wohnung gedreht. Funny, funny Info. Ja, das waren so die budgetären Entscheidungen. Also wir waren an einem Punkt, wo das Video unbezahlbar war. Und haben dann überlegt, okay, wie kriegen wir die Geschichte überlebt. Aber können es trotzdem mit mir herstellen. Und dann waren das natürlich so die einfachsten Kompromisse. Wir drehen bei mir zu Hause eine Wohnung. Wir verzichten auf den Kran. Wir machen das viel mit dem Gimbal aus der Hand und so. Und das hat ja gut funktioniert. Man muss halt auch sagen, dass deine Wohnung sehr pittoresk ist. Ich finde, die ist durch die bunten Wände und das große Fenster und so. Das ist einfach schön. Also das ist auch ein guter Drehort. Das ist nicht dieses Notlösungsding, sondern das ist wirklich eine gute Lösung gewesen. Wir hatten wirklich lange, es diskutiert der richtige Begriff, aber darüber gesprochen, wie können wir es lösen. Machen wir es alles hier im Studio. Bringen wir da Leben rein. Mieten wir ein Studio. Und im Endeffekt finde ich, dieses Ding zu sagen, hey, lass doch in der Wohnung bleiben. Wir müssen nicht viel reinbringen, weil es ist eine Wohnung. Ja, das ist das große Problem an Studiodrehs. Also man denkt dann, ja gut, die Studiomiete sind 400 Euro. Super. Aber dann hat man halt einfach nur ein leeres Studio. Man müsste eigentlich alle Möbel erstmal mitbringen und besorgen. Und das war natürlich unfassbar einfach, bei mir in die Wohnung zu gehen. Und die ist halt für mich auf meinen fotografischen Anspruch, sie hat eingerichtet. Das heißt, die sieht halt ganz nett aus. Performance. Andere Kamera. Das ist Sony FX30. Das konnte man natürlich auch in unserem Making-of sehen. Ich glaube, das kann man relativ schnell runterbrechen. Haben wir eigentlich in dem Video auch schon getan. Das ist, finde ich, auch der originalste Look, den ich im Kopf hatte, als ich dir das vorgepitcht habe. Dass man wirklich so eine fast schwarze Umgebung hat und einen Beam, den man auch wirklich sieht und fühlt, der die Musiker einfach ein bisschen hervorhebt. In meinem Kopf ging der Beam hier irgendwie noch weiter. Das war das, was ich letztens im Podcast sagen wollte. Hat sich das dann vor Ort einfach total verändert, weil wir dann doch sehr viel in die andere Richtung noch gefilmt haben. Da kommen wir gleich noch zu. Aber das war so der Ursprungsgedanke, dass wir was ganz Simples haben, was nicht von der Story ablenkt, was die Story auch quasi nochmal hervorheben lässt. Indem man sagt, die Performance ist simpel, sticht die Story umso mehr hervor und die Cinematography. Das Ganze haben wir in einer weißen Hohlkehle gedreht, was man vielleicht nicht vermutet bei den Shots. Aber auch dazu gibt es von Marius in einem anderen Video eine Erklärung, wie man in einer Hohlkehle so dreht, dass das weiß-schwarz aussieht. Und wir haben die Kamera vor Ort auf verschiedenen Systemen gehabt. Wir sind teilweise mit der Dolly gefahren in der Hohlkehle. Wir haben aber auch Shots gemacht mit einem Gimbal und dann aber in einem speziellen Modus. Was hast du da gemacht? Würde ich gerne irgendwo sehen. Warte mal. Gibt es das? Man findet nie den Shot, den man gerade braucht. Aber das hier müsste es sein. Das ist ein sehr kleiner Moment. Ich ziehe ihn einfach mal ein bisschen länger hier, ganz frech. Dann sehen wir mal beim Robin so ein bisschen die Bewegung. Denn ich hatte den Gimbal auf komplett follow. Das Sony-Material reagiert nicht gut in Premiere. Sorry dafür. Das Interessante ist auf jeden Fall, ich wollte eben nicht so eine statische Gimbal-Fahrt, sondern dass es immer noch ein bisschen eine Dynamik hat, die leicht an Handheld erinnert, aber irgendwie ein schwebender. Deswegen habe ich den Gimbal eben in allen Achsenfolgen gestellt und war dann auch sehr aktiv damit unterwegs. Und ich finde, das hat eigentlich ganz geil funktioniert. Aber jetzt kriegen wir Besuch. David Jemanski ist wieder da. Das ist auch bei Joscha tatsächlich in der Wohnung. Und das Schöne ist eben, diese gelbe Couch, da merkt man, finde ich, schon das pittoreske daran. Das ist halt irgendwie, sieht einfach geil aus. Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch, das ist auch ein voll geiles Bild. Vor allem, weil es ja auch umgedreht ist, dass es wieder richtig rum ist. Weil es ja eigentlich, out of cam, ist es ja so rum. Jetzt macht doch das Bild, versteht man so auch besser. Jetzt versteht man auch, wo die Kamera steht, was man andersrum, glaube ich, nicht gut erkennt. Aber ich finde, so ist es viel intensiver. Man ist viel mehr im Schmerz mit dabei. Was auch so ein einfacher Trick ist, um bestimmte Sachen zu kriegen. Einfach das Bild umzudrehen. Und hier eine Sache, die ich dazu nur erwähnen will, das ist eigentlich komplett natürliches Licht. Außer, wie war es? Ich glaube, du hast ein T-Shirt davor gehalten, um so ein bisschen im Gesicht die Helligkeit runterzunehmen. Hier war es ein bisschen heller und ab hier geht sozusagen eine Art Diffusion mit einem T-Shirt los. Einfach nur, um so ein bisschen... Negativ viel zu haben, damit halt, man sieht es an der Stirn, da sieht man es sehr deutlich, dass halt die Augen ins Dunkle sich verlieren. Und die Blickführung halt, naja, sozusagen sagt, sie ist im dunklen Bereich. Das finde ich schön. Ich finde das auch nice. Und vor allem, man sieht es hier im Freestream total gut, dass dadurch, dass Jenny kopfüber hier hängt, ist halt natürlich ihre Stirn auch sehr voll mit Blut. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen noch mehr diese Fertig... Fertignis? Dass sie so ein bisschen fettig aussieht. Was natürlich vom Entzug der Gedanke war. Aber Joscha, was ich echt krass finde, also ihr hattet ja eine immense Maske offenbar mit dabei am Set. Also, dass diese ganzen blauen Flecken, das muss doch mega die Arbeit gewesen sein. Nee, die haben wir drei Tage vorher mit dem Hammer zu Jenny und haben gesagt, stell dich mal kurz hier hin. Und dann haben wir das nach Augenmaß eingeprügelt. Es ist wirklich ein, wie sagt Bob Ross, Happy Accident. Denn Jenny war zu der Zeit der Dreharbeiten noch in einem Theaterstück, was sehr, sehr körperlich war. Und mit Pferden und allem und was weiß ich nicht was. Und das waren einfach original echte blaue Flecke von diesem Theaterspiel. Was natürlich auch wieder uns voll in die Karten gespielt hat, weil es einfach irgendwie krass aussieht. Ja, voll. Happy Accident, aber ist geil. Aber sagt es keinem. Genau. So, Joscha, was ist hier passiert? Ja. Was ist das? Es ging uns darum, wie können wir einen Rückblick erzählen? Wie können wir einen Rückblick so erzählen, dass der Zuschauer auf jeden Fall versteht, dass das jetzt eine andere Zeit ist. Und auch, was in ihrem Kopf gerade los ist. Wenn du nochmal zurückspulst. Das war unser Vehikel zu sagen, sie fällt vom Sofa und landet in den Armen von ihrer Freundin, die sie nicht mehr hat. Und wir haben gleichzeitig aber auch versucht im Colorgrading, ich finde, sieht man sehr deutlich, diese beiden Welten voneinander zu trennen. Während also diese Welt hier, die fröhliche Vergangenheit, sehr, sehr warm ist, sehr weiches Licht, ist halt diese andere Welt kalt und ein bisschen grünlich und nicht sonderlich einladend. Unangenehm, genau. Für einen selber ist die Geschichte natürlich total klar und dann geht man in den Schnitt und fängt an es zu schneiden und guckt es am Stück und denkt sich so, checkt man das? Und dann haben wir auch darüber gesagt, wir müssen noch ein bisschen auf jeden Fall die Farben verschieben, dass es ganz klar getrennt ist. Und was man auch sagen muss, wir haben viel mehr gedreht, als im Video gelandet ist. Es gibt einiges, die sind auch rausgeflogen. Allein hier diese Fahrradszene, wo wir gerade den Free-Frame-Form sehen, haben wir unfassbar viel Material von mitgebracht. Es sah alles toll aus. Und konnten uns fast nicht entscheiden, welche Shots wir am Ende nehmen. Diese sind es geworden. Und jetzt könnte man sich fragen, wie dreht man das denn, dass die Kamera so ruhig, perfekt auf einer Höhe mit dem Fahrrad fährt? Ja, wir haben eine Ari Trinity gemietet und deshalb ist das ganze Budget auch weg gewesen. Nee, das ist tatsächlich auch eine der geilsten Sachen. Also erstmal, was wir immer sagen, Locations, Locations, Locations. Wir hatten da eine Wohnung, die cool aussieht. Und das hier, jeder, der aus Köln kommt, wird das kennen. Das ist die Hansaring-Brücke. Die ist einfach nachts cool beleuchtet. Die sieht einfach so aus. Und in der Mitte, man sieht es auf den Haaren von derjenigen, die das Fahrrad fährt, in der Mitte hängt warmweißes Licht. Und außen, die Bereiche sind halt stahlblau beleuchtet. Das heißt, man geht da hin und es sieht einfach gut aus. Genau. Ich würde sagen, mit den Augen ist es ein bisschen grüner. Ja. Aber es ist einfach ein cooler Spot. Also wir dann wahrscheinlich auch bei Instagram schon mal irgendwann begegnet sein. Auch während wir da gedreht haben, waren, glaube ich, noch zwei andere Fototeams da unterwegs. Also es ist einfach ein schöner Spot, muss man einfach sagen. Und was wir jetzt hier gemacht haben, ist die R6 wiederzunehmen auf dem Ronin RS2. Und wir haben uns einen E-Roller gemietet. Ja. Ja, scheiße, den gefahren. Ich habe mich an ihn gekrallt. Und dann sind wir einfach sehr komisch aussehend wahrscheinlich losgedüst. Aber dabei sind einfach so unfassbar smooth, geile Fahrten entstanden. Das Coole ist natürlich mit so einem E-Roller. Man fährt super konstant. Man kann eine gute Geschwindigkeitsanpassung machen. Und Marius stand einfach nur hinter mir, hatte eine Hand an mir dran, damit er nicht runterfällt. Und mit der anderen Hand hatte er die Kamera mit dem Gimbal. Und diese Kombination aus einer guten, geraden Bewegung vom Roller auf gutem Asphalt und dem Gimbal sorgt dafür, dass die Shots einfach super glatt sind. Okay, genau. Wir hatten auch irgendwann mal überlegt, wie man das visuell noch ein bisschen aufwerten kann, den Entzug und vielleicht auch die Halluzinationen visualisieren können. Und Joscha hatte da ein paar coole Ideen. Zwei davon haben wir im Endeffekt verwirklicht. Und das ist hier tatsächlich Hannah, unsere zweite Darstellerin in dem Kostüm. Also das Mädel, was gerade eben noch das Fahrrad gefahren ist. Genau. In dem Fall haben wir nur diese drei Einstellungen. Wir haben einmal den Schuss auf Jenny, die im Bett vor sich her schwitzt. Wir haben einmal den Gegenschuss und eine totale, nenne ich es mal. Ja. Was hast du da im Endeffekt noch draufgelegt? So, hier ist zum Beispiel, glaube ich, hast du es nachstabilisiert erst mal. Und dann, was ich bei allen Shots hier gemacht habe, ist zu distorten, also zu verzerren. Das sieht man ja am Rand ganz gut. Und es sind zwei verschiedene Verzerrungen. Die eine ist so ein bisschen wie so ein Motion Blur, der so ein bisschen das in die Länge zieht. Genau, ich mache mal beide aus. Das ist einfach das Standardbild quasi. Und ich fand das ein bisschen zu normal. Ja, zu normal, genau. Das sollte ja so ein bisschen eben diesen Albtraum, diesen Entzug verdeutlichen. Und dann erst mal eine Lens Distortion, die eben das ganze Bild verzieht. Fand ich schon mal sehr schön. Und das Coole daran ist halt, dass das Zentrum vom Bild kaum verzogen wird. Das Gesicht bleibt also statisch. Und ich habe das halt einfach animiert, dass sich die Verzerrung eben verändert, damit man es auch wirklich spürt. Und dann dazu noch ein Directional Blur. Da sieht man hier den Unterschied ganz gut. Gut, der einfach nochmal dem Ganzen so ein bisschen Traumgefühl gibt. Da liegt jetzt natürlich eine Maske drauf, dass wir eben Jennys Gesicht nicht verzerrt haben, sondern nur was drumherum. Das Gleiche ist hier auch passiert. Hier ist es ein bisschen weniger erkennbar, dadurch, dass der Hintergrund so eben ist. Man erkennt es nicht so sehr, aber ich finde an der Nase merkt man es schon so ein bisschen. Ja, und auch an der Schulter rechts. Und dadurch, finde ich, kriegt diese Figur so eine Ungreifbarkeit. Man wirkt noch bedrohlicher. Das finde ich auch ziemlich nice. Also das hat lächerlich gut funktioniert, finde ich auch. Wir haben das am helllichten Tag gedreht. Das muss man auch dazu sagen. Hier in der Totalen kann man das vielleicht ganz gut erkennen. Das ist wirklich einfach ein Tageslicht. Wir haben nur den Vorhang zugezogen. That's it. Ja. Haben wir noch eine Lampe drin? Ja, wir haben hier auch die Amaran, die kleine. Vor allem, also ich weiß nicht, wer sie in der Totalen auch benutzt haben. Ich glaube aber schon tatsächlich. Ja. Aber auf jeden Fall hier, diese krassen Reflektion. Die war oben in der Ecke drin. Von der Maske kannst du sonst gar nichts erkennen. Die ist ja so dunkel. Und das ist eine Ledermaske. Das ist natürlich das Schöne an dem Material. Das ist reflektiert, wenn man hartes Licht drauf gibt. Und hier sieht man auch eine Tube, dass wir auch hier so ein bisschen Reflektion mit reinbekommen. Weil sonst wäre es einfach nur schwarz. Aber das Ding ist, und darauf wollte ich hinaus, wir haben alles kaltweiß geleuchtet. Und dann schon viel blau im Weißabgleich der Kamera reingegeben. Und eben auch schon sehr dunkel alles gemacht, dass es direkt in Kamera sehr gut aussieht. Was ich auch, finde ich, total schön finde. Also ich mag das am Set, das schon so zu erarbeiten, weil du hast einen konkreten Eindruck davon, was ist das Bild, was du gerade herstellst. Ja. Und wir sind deshalb schon vor Jahren Leute geworden, die so viel wie möglich am Set direkt machen. Ja. Bei dem Bild hatten wir das auch so im Kopf, dass wir sagen, wir haben die Silhouette von unserer Pestmaske. Vor Ort habe ich dann trotzdem irgendwie mal probiert, ne, Jule, gib mal eine Lampe drauf, dass man irgendwie so ein bisschen was drauf bekommt. Das sah alles nicht so geil aus. Am Ende sind wir dann bei der Silhouette geblieben. Finde ich auch ein geiles Bild nach wie vor. Ja. Robin hängt tatsächlich auf dem Kopf. Kannst du das Bild mal umdrehen? Weil ich glaube, dann wird es einem, wird es logischer, warum sein Gesicht so merkwürdig aussieht. Hängt nämlich eigentlich so rum. Und zwar hängt er mit den Knien an einer Stahltraverse oder Alutraverse. Bei Robin fällt es auch nicht so sehr auf, aber das T-Shirt ist so aufgeplustert und sein Ohrring geht nach oben. Es sind Kleinigkeiten bei Robin. Ja, und das Gesicht zieht sich natürlich auch in eine andere Richtung, ne? Aber ich finde, eben sobald man es umdreht, hat es so eine gewisse Weirdness. Ja. Man kann es im Idealfall nicht ganz greifen, aber es ist irgendwie so, irgendwas stimmt hier nicht. Und vor allem, wenn wir gleich zu den Schüssen von Lela kommen, da merkt man es dann natürlich noch viel, viel mehr. Auch diese bunten Performance-Schlüsse, wo die auf den Kopf drehen, haben wir in der Hohlkehle gedreht. Ja. Wir haben also einfach im Hintergrund eine komplette Hohlkehle ausgeleuchtet, in diesem Pinkton und vorne mit einer recht nah stehenden Lampe dann das Gesicht mit einer zweiten Farbe getroffen. Und dann nochmal den Kick von hinten rechts, diese kleine Kante genau, nochmal separat gesetzt mit einer dritten Lampe. War das eine dritte? Ich habe gerade gefragt, ob das die gleiche ist. Nee, das war eine dritte. Weil die ist hier so kraftvoll. Ja, die ist ein Farbsatter. Ja, man muss dazu sagen, wir hatten mit beiden Schauter, also mit Lela als Sängerin und Robin als Schauter jeweils nur einen einzigen Take mit diesem Überkopf Jedöns. Das war auch krass, weil wir wussten wirklich nicht, schaffen die das? Geht das überhaupt? Ich hatte schon sehr, sehr früh die Gedanken mit so Überkopfbildern, damals noch mit Drehungen und was weiß ich nicht was, wo man sich leider schnell von verabschieden musste. Aber ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. Ja, und das Ding war, um im Budget zu bleiben, haben wir das Studio, in dem wir das gedreht haben, nur für einen halben Tag gemacht. Das haben wir noch nie vorher gemacht. Wir haben sonst immer Studios für ganze Tage gemietet. Und dann waren auch genau an dem Tag irgendwie Lisa nicht da und Juli nicht da. Kurzfristige Absagen und die Oschein und ich waren voll allein. Es war nicht geplant, dass wir das so drehen in diese Schlussrichtung. Dadurch, dass wir mit der Dolly halt immer Halbkreise gefahren sind, kamen wir einfach zu dem Punkt, dass man irgendwann halt auch mal fünf Meter abfährt, die man eigentlich nicht schneiden kann oder will. Und vor allem muss man halt sagen, dieses krass Gegenlichtige ist halt natürlich der geilste Look. Das ist halt das Ding. Und ich bedachte beim Dreh die ganze Zeit so, scheiße, eigentlich können wir das fast nicht verwenden, weil man guckt hin ins Studio rein. Ich finde, in der Summe, wenn du alle Schnittbilder siehst, dann hast du nicht das Gefühl, die stehen im Studio, sondern es sieht eher aus wie eine abgerockte Lagerhalle. Den Effekt fand ich gut. Finde ich auch. Auch hier die Amaran F21C hatten wir die ganze Zeit dabei. Das ist eben dieses Flexlight, von dem ich vorhin gesprochen habe, auf einem Akku. Jule steht hier einfach und wir haben die Hauttöne auch da wieder schön warm gehabt und dadurch, dass der Hintergrund, wie er schon gesagt hat, durch die Brücke eh schon sehr stahlblau ist, gibt es da einen geilen Kontrast. Direkt in den Kamera muss man nichts mehr dran machen. Weißt du noch, wie weit Jule entfernt war von den beiden mit der Lampe? Ja doch, da wo halt der Bürgersteiger, wahrscheinlich sind es drei Meter. Wahrscheinlich ist es nicht mehr. Ja, aber ist okay. Ich finde, das ist für ein schnell geleuchtetes Bild, wir haben ja auch hier die ganze Zeit, das ist sehr running, gar nicht gedreht. Ja, super running. Schnell hier drauf, dann schnell da drauf, alles handheld, kein Stativ und nix. Und dafür, finde ich, ist das mega schick. Ach, jetzt sieht man nochmal, wie schön Lela offensichtlich auf den Kopf hängt. Ja, bei Lela merkt man es natürlich viel krasser. Und trotzdem haben uns mehrere Leute gefragt, wie habt ihr das gemacht? Es kommt vor allem dann geil, wenn sie sich viel bewegt. Also ich finde, das ist mega nice. Wir wollten halt zeigen, wie schmerzvoll ein Entzug ist von einer stark körperlich abhängig machenden Droge und haben nach Bildern gesucht, die das zeigen können. Und irgendwann kamen wir an den Punkt an, wo wir gesagt haben, ja, was wäre, wenn man ihr Fleisch sieht? Um so ein bisschen einfach das Gefühl zu verbildlichen, was entsteht. Und dann mussten wir aber schauen, okay, wie machen wir das in unserem Budgetrahmen? Und es gibt eben so diese Bodysuits, die so aussehen wie ein enthäuteter Körper, aber die sehen gleichzeitig auch sehr, sehr, sehr billow aus. Also haben wir diese Suits mit Kunstblut etwas krasser gemacht und trotzdem sah es in der Kamera nicht gut aus. Also man sieht hier halt einfach die Falten. Es ist halt einfach... Man sieht den Stoff. Genau, es ist einfach Stoff, das ist ein bisschen schade. Man hätte das richtig genial schminken, airbrushen müssen auf die Haut, das wäre nicht machbar gewesen. Ich finde trotzdem auch hier, into out, ist das völlig fein. Wir haben hier auch sehr offenblendig gedreht, haben den Fokus nach vorne auf die Droge. Und ich finde, das war der finale Trick, damit hat es dann funktioniert. Ja, und ich finde vor allem, ehrlich gesagt, das Gesicht sieht so krass aus mit dem Blut. Das ist so ein heftiges... Das Gesicht ist tatsächlich einfach nur Kunstblut, kann man sich wahrscheinlich denken. Ja. Und auch hier ist wieder eine Distortion mit drauf. Das Bild verzerrt, vor allem nach hinten immer stärker. Und durch die... Auch hier ist eine leichte Unschärfe drauf, einfach um so ein bisschen davon abzudenken, dass das eigentlich gar nicht so richtig geil aussieht. Worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, wir haben diesen Schuss zuerst gemacht und wussten dann, ist Jenny ja komplett... Also sie muss danach duschen. Da, 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 da. Und dann haben wir noch den Schuss gemacht, wo wir uns dachten. Super. Wenn sie jetzt eh schon nass geduscht ist. So ein schönes Klischee-Bild aus einem amerikanischen Coming-of-Age-Film. Was hier tatsächlich noch mega interessant ist, ist, dass wir auch das bei Tag gedreht haben in Joschas Wohnung. Und ich kann mal kurz ein Tageslicht-Set zeigen. Jenny sitzt tatsächlich hier auf diesem Stuhl, während wir das... Nicht auf dem weißen, aber ja. Ja, also auf diesem Platz. Ja, genau. Macht es wichtig, weil es kommt nachher noch was zu dem Stuhl. Ja. Und wir hatten hier rechts, ist ein großes Fenster, die so ein Balkon führt und da kommt natürlich viel Licht durch. Und wir haben es, glaube ich, mit Müllsäcken wieder mal gemacht, oder? Ja. Wir haben einfach Müllsäcke davor geklatscht, um schon mal zu sagen, wir minimieren das Tageslicht, was reinkommt. Man kann nämlich super ein Fenster dunkel machen mit Molton, aber den muss man da irgendwie vorkleben oder einklemmen, ist nicht so leicht. Aber eine Mülltüte, wenn man die von der Rolle nimmt, so diese schwarzen oder blauen dicken Mülltüten, die sind statisch aufgeladen und man kann die einfach so ans Fenster machen und die halten sofort. Am besten schwarz, weil die halt doch meistens noch ein bisschen durchlassen, gerade wenn Sonne oder sowas kommt und blau hat dann natürlich direkt eine Farbe mit drin. Das Tolle ist, ganz kurz, es ist nicht mal schlimm, weil man diese Mülltüten da nachher noch verwenden kann. Ja, absolut. Die sind als Mülltüten ja nicht schlechter geworden, die tust du einfach wieder zurück in deine Küche und nutzt sie. Nutzt sie, ist perfekt. Das heißt, damit haben wir auf jeden Fall so die Grundhelligkeit schon mal runtergenommen in der Wohnung und das gesamte Licht, auch hier wieder die Amaran F21C, einfach dieses Flexleit, was Jule mit einem Grid super toppig über Jenny gehalten hat, dass wir eben im Hintergrund nichts treffen und sie so richtig separieren, auch um den ganzen da wieder ebenfalls so eine Surrealität auch mitzugeben. Und ich finde es halt krass, weil solche Bilder kann man ja eben sehr low-budget herstellen. Das ist nicht dieses Ding, dass man da immens viel Power verbraucht zwingend. Es geht alles. Finde ich cool, weil das Bild gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Es ist auch hier, es sieht einfach geil aus. Ich finde die Reflexionen sind einfach geil, die Schatten sind geil, du siehst alles, was du sehen musst. Es ist halt auch gut, dass die Hand genauso ist, dass man den Kragen vom Ärmel nicht sieht, der halt zeigen würde, dass das ein Stoff-Billow-Ding ist. Jule ist hier einfach mit dem Licht mitgewandert. Sie ist quasi so eine Bewegung mitgemacht. So und jetzt wolltest du bestimmt noch was im Stuhl sagen. Wir haben diesen Shot gemacht und wollten den so ein bisschen in einem Slow-Motion-Feel haben, dass wir nachher vielleicht noch mit einer Speed-Ramp arbeiten können, damit es im Schnitt mehr Kraft kriegt. Aber wir konnten nicht so langsam das Ganze drehen, wie wir es gern wollten. Also habe ich mich unter den Stuhl gehockt. Und Jenny, die Schauspieler, hat uns also mit dem Stuhl nach hinten. Ich habe sie gefangen und dann langsam abgelassen. Und damit hatten wir dann einen künstlichen Speed-Ramp sozusagen, weil ich den Stuhl bremse und nicht der Effekt im Schnitt. Und das heißt, ich weiß nicht, wie oft wir es gemacht haben, zehnmal oder was? Auch in verschiedenen. Wir haben das als Slow-Mos aufgenommen und wir haben ganz viele verschiedene Sachen probiert, um auch wirklich sicherzugehen, dass wir irgendwas haben, was klappt. Genau, weil der Moment, man hat es gerade eben schon gesehen, ist wieder so eine Übergangssituation in die Vergangenheit. Und wir wollten halt sicher gehen, dass diese Übergänge funktionieren. Deshalb haben wir die auch aus verschiedenen Perspektiven gedreht. Das sieht man jetzt beim Tor, sieht man schon mal zwei. Auch für diese Perspektive, die seitliche, gibt es einen passenden Stuhlfall, der dazu gepasst hätte. Das waren auch wirklich, da haben wir auch lange eben drüber philosophiert im Vorfeld. Machen wir so, fällt die Kamera mit? Machen wir eine statische? Nach vorne, nach hinten? Das ist manchmal gar nicht so leicht. Und vor allem dann versucht das mal auch irgendwie in Worte zu fassen. Ich weiß noch, wie ich da meinte. Ja, und dann machen wir so einen Halbfall und dann bei dem anderen wieder hoch. Und was, vielleicht laberst du? Das ist manchmal ein bisschen tricky. Deswegen haben wir das tatsächlich, diese Sachen sind eben verstoryboardet geworden. Damit wir wissen, worüber wir reden. Und das ist alles hier. Wir haben nichts gemacht. Die sitzen wirklich immer noch auf dem Tor. Ich bin oben mit aufs Tor geklettert. Da ist keine Lampe, da ist kein Bounce, da ist gar nichts. Das ist wirklich einfach Nachmittagssonne durch ein bisschen Wolke. Also perfekte. Das war eigentlich mal eine goldene Stunde. Das war deutlich früher noch. Ja, das muss man echt sagen, wenn man so Außenschüsse hat. Ein bisschen Glück gehört dazu. Das ist auch immer bei der Planung für uns immer dieses Ding von, was machen wir, wenn es die ganze Zeit nur regnet? Die Sau. Das wäre kacke geworden. Deswegen hatten wir auch einen Plan, dass wir einen Tag Indoor und einen Tag Outdoor hatten. Den Rest überlasse dir. Das heißt, wir haben den Drehplan so gemacht, dass wir diese Indoor- und Outdoor-Tage hätten tauschen können, ganz spontan und kurzfristig. Hätte es jetzt geheißen, okay, der Tag, an dem wir drinnen drehen wollen, ist super sonnig und der andere ist ganz regnerisch, dann hätten wir getauscht. Eigentlich total stumpf. Es ist stumpf und ich glaube, das geht auch nur, weil wir das in so einem kleinen Team gedreht haben. Wir hatten ja bei den Drehtagen dich, mich, die beiden Darstellerinnen, Jule und Lisa. Ja. Das war's. Und es ging halt, weil wir in meiner Wohnung gedreht haben, andere Motive hätte man ja sonst für zwei Tage anbieten müssen. Und im Studio, hier in der Küche. Also wir hatten alles, alle Motive waren frei verfügbar für uns. Außer das Studio, wo wir die Band performen. Genau, aber das haben wir irgendwann später gedreht. Das war was ganz anderes. Ich würde gerne mal über die anamorphen Linsen sprechen. Ja, let's do it. Die kommen nämlich... Pass auf, ich mach mal hier zwei Sachen an. Ja. Wir haben ja viele von den anamorphen Sachen gar nicht genutzt. Das hier zum Beispiel ist ein wahres, echtes... Anamorphes Bild. Anamorphes Bild. Das ist zweifach Vollformat von Xen, 50 Millimeter. Ein riesen Oschi. Also was für ein Gerät. Leck mich fett. Das Objektiv meint er. Und das hatten wir an der Mavo. Wie würdest du die Szene beschreiben? Also was... Das ist ja ein Return an die Orte der Glücklichkeit. Es gibt sozusagen die gute Vergangenheit. Dann gibt es als zweite Zeitphase den Entzug. Und dann gibt es die Zeit nach dem Entzug. Und die Zeit nach dem Entzug haben wir in Anamorph gedreht. Aber tatsächlich sind von den Anamorphen-Shots nicht mal so viele reingekommen ins Video. Das hier ist tatsächlich wieder der Giveaway, dass es eine Gimbal-Fahrt ist. Die kennen R6, mit der wir die Gimbal-Fahrten alle realisiert haben. Und ich glaube, Anamorph ist nur dieses Bild hier, was auch einfach... Diese scheiß blauen Strahlen. Ich bin auch gar kein Fan von den blauen Lightrings. Es sieht halt automatisch aus wie ein Hip-Hop-Video aus Frankfurt, wenn irgendwo so blaue Strahlen sind. Aber was man halt sagen muss, das Bild per se, finde ich, ist auch sau... Also auch wieder ein mega-lucky Shot. Wir waren zur perfekten Zeit da. Das war ja auch ein bisschen Glück. Wir hatten das perfekte Wetter auch da. Das war ein bisschen Glück. Und dann ist einfach wirklich ein Fußballspiel gewesen, dass sie diesen ganzen Staub aufgewirbelt haben. Und es war einfach so skurril geil irgendwie. Ja, total. Und wir sind da hin und meinen so, ja, wir drehen jetzt hier ein bisschen. Lass euch nicht stören. Die waren total nett. Das war dann scheiße geil. Ich glaube tatsächlich, das ist das einzige anamorphene Bild, was reingekommen ist. Oh shit. So, weil die Szene war im Skript viel länger, viel größer. Und dann kommst du aber in den Schnitt und merkst, scheiße, der Platz fehlt. Die Bilder, man kann sie entweder schnell schneiden und dann versteht man es im Worst Case nicht. Das wirkt nicht. Oder wir haben gesagt, nee, wir müssen uns da Zeit lassen. Und dann wurden es halt wenig Bilder. Es ist die richtige Entscheidung. Die gute Entscheidung war im Schnitt. Also wir hatten es anfangs deutlich schneller geschnitten. Und es war viel wirrer. Wir saßen beide hier und hatten das Gefühl, man kann die Geschichte nur verstehen, wenn man das Drehbuch kennt. Und dann war halt unser Approach zu sagen, wir machen es deutlich langsamer. Wir erzählen noch mal mehr am emotionalen Gefühl der Musik, dass das mehr mitgeht mit der Geschichte. Und das hat, finde ich, sehr gut funktioniert. Diese Pflanze hast du mir zum 30. geschenkt. Nee, ich meine das dahinter. Sind das aboratische Kremationen? Aboratische. Chromatische Aberrationen? Oder ist das irgendwie eine Gießkanne oder sowas? Das ist tatsächlich ein roter Sonnenschirm. Okay, alles klar. Auf meiner Terrasse. Dacht schon jetzt. Hier ist alles sehr minimalistisch auch gemacht. Viel natürliches Licht. Man hat hier, hier rechts geht es ins Badezimmer. Da steht Jule mit einer Tube. Dass man immer so ein bisschen noch eine Richtung erzählt. Was für eine Kamera? Das ist jetzt alles mit der Mavo wieder gedreht. Mit den Vespit Primes. Eigentlich ein cooles. Hast du noch kein Wort zu verloren? Erzähl was von. Wir hatten von Mediatek eben die Mavo Edge 8K bekommen. Und dazu so ein Prime, ein Koffer mit Vespit Primes, heißen die, von DZO-Filmen. Das sind, blöd gesagt, normale Prime-Objektive. Aber sehr klein. Aber sehr klein und leicht und handlich. Und das fand ich echt mega angenehm. Also ich fand das Arbeiten damit ziemlich cool. Und ich finde auch den Look sehr gut. Ja, auf jeden. Schöne Linsen. Wo wir letztens nochmal so eine harte Enttäuschung hatten mit den Zeiss CP2, muss man sagen, das ist eine professionelle Linse und die Zeiss-Dinger leider nicht. Ja, auf jeden. Und ich denke mir auch so, das sieht schon alles gut aus hier. Also Mavo und die Linsen haben offenbar hier schön miteinander harmoniert. Voll. Ich mag die Skintones sehr, die dabei rausgekommen sind. Ich will wie immer darauf hinaus, man hätte das auch mit jener anderen Kamera drehen können. Es ist wirklich nicht das Entscheidende hier. Man hat auch hier, wir hatten mega Glück. Ich glaube, das ist alles ein bisschen verstärkt. Das ist nicht einfach natural. Nein, nein, nein. Dann tue ich das alles gegradet und so. Nein, 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 das meine ich gar nicht. Ich meine das Licht. Ich meine, ob das, ich weiß nicht, es ist nicht einfach natural, oder? Ich zoome mal ein bisschen ans Auge ran. Ha, ha. Das ist auf der Suche nach einer Lampe. Nee, das ist auf jeden Fall geleuchtet. Ja. Der Nasenschatten ist schon so deutlich gesetzt. Also es ist... Ja, ja, da steht doch. Zoomen noch näher ran, einfach weil es geht. Die Qualität ist echt gut, ne? Ja. Also ich bin inzwischen bei 1000%. Das ist echt okay. Das hier ist das Fenster. Und ich glaube, das Kleine hier müsste dann die, wieder mal die, warum vergesse ich mal den Namen, Amaran F21C sein. Worauf ich hinaus wollte ist, wir hatten hier sehr gute Bedingungen. Du hast ein bisschen Farbakzent im Hintergrund. Die machen viel aus. Ist nicht einfach nur eine weiße Wand. Auch hier ist nicht einfach eine weiße Wand. Wir hatten hier so ein bisschen, den Negative haben wir nicht mal selber gemacht, glaube ich. Nee, das kommt einfach nur durch die Fensterrichtung und so. Und eben dann haben wir das Gesicht so ein bisschen verstärkt und that's it. Und es sieht einfach fantastisch aus. Das muss man einfach... Ja. Es ist einfach... Es gehört nicht immer viel dazu, geile Sachen zu machen. Mein Lieblingsspruch ist immer, Close-Ups are easy. Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn das jetzt in der Total ist, ist das viel schwieriger. Und wenn ich mal in unsere Totale reinspringe. Hier ist nichts gemacht. Das ist das natürliche Licht. Das kommt alles von dem Fenster hier rechts. Da haben wir halt... Ja, geil. Gute Bedingungen. Es ist natürlich so eine gute Situation. Nach hinten raus ist keine natürliche Sonne, die in meine Wohnung reintrifft, sondern die Sonne geht gegenüber auf ein weißes Gebäude und dann bounced weiches Licht wieder rein. Und das ist natürlich total dankbar. Ja. So. Und im Gegenschluss, bin ich jetzt mal gespannt. Ja, da sieht man hier an dem Highlight, das ist auf jeden Fall ein Dead-Give-Away, dass wir dann eine Lampe hatten. Ja. Was man machen könnte in so einem Fall, wenn man sagt, wir müssen die Highlights unbedingt halten, wäre mit der Lampe immens nah heranzugehen und in der Kamera runter zu belichten. Aber dann kackt der Hintergrund so komisch ab, dass es ultra künstlich aussieht. Und die Alternative wäre dann noch, das Fenster mit ND-Folie runterzudimmen, aber dann verliert man auch Helligkeit wieder im Raum. Und dann muss man die Helligkeit im Raum dann wieder herstellen mit einer Lampe. Das sieht dann mal viel künstlicher aus. Also das heißt, das war so ein Ding. Das sind häufig so Sachen, wo wir einfach sagen, fuck it, das ist halt so. Ja. Ist auch nichts mehr da gewesen, was man mit einem Graining rausgeholt hätte. Aber das, finde ich, ist völlig vertretbar in dem Umfeld. Vor allem, weil halt auch der Kick auf ihrer rechten Wange dieses Licht erzählt. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das richtig gut. Gut. Damit ist das Video vorbei. Das ist die letzte Einstellung. Das ist die Geschichte von Cravings. Kann ich uns jetzt hier Vollbild machen? Guck mal. Wow. Krasser Skill, oder? Super. Ja, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an die Leute, die live dabei waren. Und dann, würde ich sagen, machen wir das einfach häufiger in der Form. Lasst doch gerne mal irgendwie ein bisschen Feedback da, was euch mehr interessieren würde, was euch weniger interessiert vielleicht. Und dann sehen wir uns regelmäßiger live auf Patreon. Link in der Beschreibung und am Ende dieses Videos. Oder sonst halt vier bis fünfmal die Woche auf YouTube. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.